Jesus, bitte segne uns jetzt, wenn wir dein Wort betrachten, dass es tief in unsere Herzen hinein sinkt und das tut, wozu es ausgegangen ist. Bitte segne jetzt dein Wort für uns. Amen. Ja, wir sind in Sprüche 19. Letztes Mal habe ich ein paar Verse nicht geschafft, die ich eigentlich machen wollte noch. Die werden wir jetzt einfach noch kurz lesen. Es geht los in Vers 5. Ich lese mal Vers 5 und Vers 9. Die sind sich sehr ähnlich. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen vorbringt, wird nicht entkommen. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen vorbringt, geht zugrunde. Salomo hat diese Sprüche aufgeschrieben und es ist ja vor allen Dingen auch ein Buch der Erziehung, der Wegweisung, der Orientierung an seinen Sohn, der auch selber König werden soll, selber Verantwortung tragen wird im Königreich für Recht und Gerechtigkeit, der oberste Richter sein wird, der sich aber selbst auch diesem Recht unterordnen soll, wie ich eben gerade gesagt habe, wie es auch bei uns der Fall ist. Gottes Reich ist tatsächlich eine Rechtsstaat, in dem Gott das Recht setzt und der König von Israel musste sich diesem Recht unterordnen, so wie David. Er war der oberste Richter und hat Recht verkündet. Auch sein Sohn Salomo, wie wir gesehen haben, in großer Weisheit von Gott, wie er Recht gesprochen hat. Aber als David selbstgerecht und selbstgefällig, als König, als oberster Herr, sich das Recht rausgenommen hat, das Recht zu brechen, das Recht Gottes, da hat Gott den Propheten Nathan geschickt und ihm das vor Augen gehalten, ihn damit konfrontiert. Du hast das Recht gebrochen, du hast gesündigt, du hast übertreten. Und David musste Buße tun, er musste umkehren. Und er hat es getan, er hat sich gebeugt. Nicht der König, nicht die Regierung ist der oberste Herr, sondern Gott ist es. Und so lehrt Salomo seinen Sohn nicht, du bist der König, du kannst machen, was du willst. Was dir wohl gefällt, lass es dir gut gehen und mach alles, was dein Herz begehrt, dass du deine Macht festigst und der Herrscher über alles bist. Nein, er hat ihnen auch das Recht Gottes gelehrt, sich dem unterzuordnen. Und hier sagt er, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen vorbringt, wird nicht entkommen. Er sagt es einmal im Sinne des Rechtswesens. Es dürfen keine falschen Zeugen vortreten. Es darf kein falsches Zeugnis bestehen bleiben. Die Wahrheit soll ans Licht treten im Gericht. Und so, Gott ist das so wichtig, dass er das sogar in die zehn Gebote reingeschrieben hat. Es ist ein wesentliches Prinzip Gottes, dass er will, dass wir die Wahrheit reden. Legt ab die Lüge und redet einer mit dem anderen die Wahrheit, Epheser 4. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt genügend andere Wege, wie man gehen kann, andere Überzeugungen. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Um des guten Zieles willen, ist es auch in Ordnung zu lügen. In Gottesreich ist es nicht so. Deswegen, nur weil etwas sich gut anhört, sollten wir es nicht benutzen, um damit etwas Gutes zu erreichen. Wisst ihr, es kommt immer wieder vor, dass Prediger lügen. Dass sie falsche Zeugnisse erzählen. Und es dient doch nur der Ausbreitung der Ehre Gottes. Nein, tut es nicht. Wir müssen uns am Riemen reißen. Wir müssen das weitergeben, was wahr ist. Und das heißt für uns, dass wir tatsächlich überprüfen müssen. Nicht nur die Prediger, sondern wir Christen alle miteinander. Wenn uns etwas erzählt wird, wir sollten prüfen, ob das wahr ist. Wir sollten nicht einfach alles, was wir hören, weitergeben. Schon gar nicht in dieser Zeit, wo du ständig irgendwas per WhatsApp zugeschickt kriegst. Und dir die neuesten Wahrheiten verkündet werden. In welche Richtung auch immer. Von irgendwem, der Bescheid weiß. Lass uns echt nicht alles glauben, was uns da präsentiert wird. Ich hatte neulich eine Schwester, die hat mir was zugeschickt. Und ich habe das dann recherchiert. Also so muss man das einfach machen. Man muss sich die Seite aufrufen, die da irgendwie einem eingeblendet wird. Dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, das ist doch völliger Quatsch irgendwie. Und dann habe ich die Seite genauer untersucht. Und am Ende war dann ein Hinweis, dies ist eine Satire-Seite. Schwester ist voll drauf reingefallen. Und hat das für bare Münze genommen und hat das weiter gepostet. Und genau das will diese Seite erreichen. Lass uns nicht vor den Karren von irgendwelchen Leuten, obskuren Leuten spannen, die irgendwie die Leichtgläubigkeit von Menschen vorführen will. Sondern lass uns das prüfen, was ist wirklich wahr. Und das, was wahr ist, ja das darf ich, das kann ich, ja das muss ich sogar weitergeben. Wisst ihr, und das ist das, ich bin begeistert, dass wir Teil dieses Zeugnisses sein durften, wie Bernhard geheilt wurde. Das kannst du schwarz auf weiß lesen. Der hat seinen CT vom 19. Dezember von seiner Lunge. Das kann er dir zeigen. Und da siehst du auf dem CT, dass die Lunge tot war. Hinüber, fertig, schwarz. Und die ganzen Arztberichte und so weiter. Das kannst du alles klar nachweisen. Es ist wirklich ein eingreifendes Herrn. Gott hat hier ein Wunder getan. Das ist ein gutes Zeugnis und das ist auferbauend und stärkend und ermutigend. Aber ein falsches Zeugnis soll nicht bestehen bleiben. Lass uns nicht Lügen weiter verbreiten. Auch nicht mit einem guten Zweck. Das braucht Gott nicht. Und Salomo gibt es seinem Sohn auch weiter. Du selbst bist auch herausgefordert. Leb nicht in der Lüge, leb in der Wahrheit. Folge der Wahrheit. Das ist Gott so wichtig, dass er es in die zehn Gebote reingeschrieben hat. Gut, weiter. Wir gehen zu Vers 8. Wer Klugheit erwirbt, liebt seine Seele. Wer Einsicht bewahrt, wird Glück erlangen. Also, wenn du dir was Gutes tun willst. Man sagt ja immer, tu dir was Gutes. Heute geht es ja immer darum, tu dir was Gutes. Das ist ja das Prinzip schlechthin. Gönn dir was. Wenn du dir was Gutes tun willst, dann erwirb Klugheit. Und zwar göttliche Klugheit. Erwirb Einsicht und bewahre sie. Beides. Etwas lernen ist die eine Sache. Das zu behalten ist eine andere Sache. Jeder, der auf der Schulbank gesessen hat, und das haben ja die meisten von uns oder alle eigentlich von uns, wissen das, wie das ist so. Mit dem Lernen. Ja, ich habe was gelernt. Das habe ich gelernt. Aber das dann zu behalten, bis dann die Arbeit geschrieben wird, das ist dann schwierig. Aber hier geht es nicht nur um Wissen, sondern hier geht es um Einsicht. Und das Wort finde ich schön. Gott gibt uns Einsicht. Er lässt uns in seine Karten gucken. Er lässt uns in sein Herz gucken. Er lässt uns in seine Pläne gucken. Er gibt uns Einsicht. Jesus sagt, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe aber euch nicht Knechte genannt, sondern Freunde, weil ich euch alles gesagt habe von meinem Vater. Gott gibt uns Anteil daran, an seinem Herz. Er eröffnet sich uns. Wir können ihn kennenlernen. Wir dürfen ihn kennen. ihn und seine Pläne und sein Wesen, sein Charakter. Und das ist Einsicht gewinnen und Einsicht bewahren. Wenn du dich mit Gott beschäftigst, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter, mit seinen Plänen. Wenn du das tust, dann gewinnst du Einsicht, tiefe Einsicht in das Leben. Und das dann zu bewahren. Das heißt, es mit hineinzunehmen in deinen Lebensalltag. Weißt du, das eine ist, zu lesen und darüber nachzudenken, dass Gott alles geschaffen hat durch sein Wort. Und dass er alles erhält durch sein Wort. Am Leben erhält. Dass alles Leben von ihm kommt. Und das Zweite ist, diese Erkenntnis tatsächlich hineinzunehmen in dein alltägliches Leben. Wenn Gott dieser Gott ist, der alles Leben geschaffen hat und alles Leben erhält, dann ist es ihm auch nicht unmöglich, einen Toten wieder lebendig zu machen. Dann kann ich ihm vertrauen in allen Lebensbereichen. Er ist der allmächtige Gott. Dann kann ich ihm meine Not, in meiner Not vertrauen. In meiner Angst, wo ich nicht mehr weiter weiß. Das heißt, Einsicht erwerben und bewahren. Dass ich ihn mehr und mehr kennenlerne und dann in meinen Lebensvollzug das mit einbeziehe. Ihn in meine Lebensrechnung mit einrechne. Und das wirkt sich total verändernd auf mein alltägliches Leben aus. Das ist der Glaube. Und dann tust du dir was Gutes mit. Du erlangst Glück. Es ist das beste Leben, was man haben kann. Wenn man Gott kennen darf, Gott kennenlernt und im Vertrauen auf Gott auch sein Leben führt. Das ist das beste Leben, was es gibt. Wir lesen weiter in Vers 10. Wohlleben steht einem Tor nicht an. Wie viel weniger einem Sklaven über Oberste zu herrschen. Das ist ein Vers, da geht es sozusagen um ein typisches Thema, was du in Komödien oft siehst. Da wird irgendwie, da ist jemand so total reich, aber total doof. Und das ist irgendwie so ein Widerspruch, das ist irgendwie lustig. Wenn da irgendwie so eine stinkreiche Lady irgendwie aber so total doof daherredet. Dann denkst du, das passt nicht zusammen. Ein edles Leben, dazu gehört auch eine entsprechende Sprache, gebildet sein und so weiter. Das gehört doch zusammen. Wenn das auseinanderfällt, dann passt das irgendwie nicht zusammen. So sagt es dieser Spruch auch. Und das ist dann auch gemeint, dass ein Sklave nicht als oberster Herrscher sein sollte. Es ist gemeint, jemand, der nur sein Leben lang damit beschäftigt war, zu dienen und das zu tun, was ihm gesagt wurde, der hat gar nicht die Fähigkeiten entwickelt, selbst Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für andere zu übernehmen. Deswegen sollte man nicht jemanden, der eben diese Fähigkeiten oder diese Charaktereigenschaft, der Verantwortlichkeit hat, nicht zum jemanden machen, der leitet und führt. Aber es gibt dieser Vers, sollte nicht falsch verstanden werden, denn es gibt einen Vers im Neuen Testament, der das Ganze eigentlich umdreht in gewisser Weise. Jesus sagt in Markus 10, dass die Obersten, die Herrscher in dieser Welt, ihre Völker mit Gewalt niederhalten. Aber so soll es nicht unter euch sein, sagt Jesus, unter euch Jüngern. Da soll es anders sein. Ja, unter euch wird es auch Leute geben, die leiten, die führen. Jesus war kein Anarchist. Nein, unter euch wird es auch Leute geben, die leiten. Aber das sollen nicht die Leute sein, die die stärksten, die härtesten Ellbogen haben, sondern das sollen die sein, die aller Diener, aller Sklaven sind. Die sich am meisten hingeben im Dienst. Das sind die, die Berufe sind zu leiten. Und dann hat er gesagt, denn auch ich, ich der Herr, ich der König, der Christus, der Messias, ich bin nicht gekommen, damit mir gedient wird, sondern damit ich diene und sogar so sehr diene, dass ich mein Leben hingebe als Lösegeld für viele. In dem Sinne steht es einem Sklaven schon an, über Oberste zu herrschen. Ein Mensch, der hingegeben dient, der ist berufen, im Reich Gottes zu regieren, zu herrschen. Wir gehen weiter in Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüber zu gehen. Hier wird von einem Charakterzug gesprochen, ein Charakterzug Gottes, langmütig. Wie es in der Offenbarung, wie Gott sich Mose offenbart hat. Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Gnade, langmütig, geduldig. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Er kann warten. Er muss nicht gleich draufschlagen und reinhauen. Nein, er wartet. Er gibt Zeit. Das ist ein großartiger Wesenszug Gottes, wie ich finde. Dass Gott so geduldig mit mir gewesen ist und mit mir immer noch ist. Obwohl ich so langsam bin darin, Dinge, die Gott mir gezeigt hat, die er mir zu verstehen gegeben hat, umzusetzen in meinem Leben. Das dauert so lange, dieser Veränderungsprozess. An manchen Stellen denke ich, boah, bin ich denn überhaupt keinen Schritt weitergekommen in all den Jahren? Und Gott ist immer noch geduldig. Gott sagt, ja Jörg, da musst du noch weiter lernen. Er lässt mich nicht fallen. Er lässt mich nicht im Stich. Er gibt mir noch eine Chance. Gott ist langmütig. Und er möchte aber auch, dass wir langmütig sind, langmütig werden. Er möchte, dass wir einen langen Atem haben, dass wir geduldig sind. Das ist eins der wesentlichen Charaktermerkmale, die Gott in uns hervorbringen möchte. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Das Wissen darum, um Gottes Größe, um Gottes Macht, um Gottes Pläne, um die Erkenntnis seiner Liebe. Das hilft einem Menschen, langmütig zu werden. Wer ist unser Vorbild? Jesus. Er war geduldig. Nicht nur in seiner Leidenszeit, in den Tagen, wo er gelitten hat in Jerusalem. Nein, er hat sein ganzes Leben gelitten. Er hat sein ganzes Leben geduldig gelebt. Jesus war langmütig. Er war geduldig im Aushalten von Spannung, von Bedrohung, von Angriffen, von ungerechten Verurteilungen. Jesus war langmütig. Und das ist es, was Gott uns, seinen Kindern, in uns hervorrufen will. Dass wir, so werden wir Jesus. Und dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Und die Frucht des Geistes ist Geduld, Langmut. Und das, was uns geduldig macht, ist tatsächlich auch die Einsicht. Das hilft uns so sehr, geduldig auch zu sein. Wisst ihr, kleine Kinder, ganz kleine Kinder, Babys, da rührt sich plötzlich im Bauch so ein ganz blödes Gefühl. Irgendwie tut das weh. Und das Baby fängt an zu schreien. Zu schreien, als ob es um sein Leben geht. Es weiß noch nicht mal, dass es Hunger hat. Es spürt nur irgendwas. Es ist der Hunger. Ein kleines Hungergefühl hat sich gemeldet. Und das Baby fängt an zu schreien, als ob es gleich stirbt. Wenn das Kind größer wird, mehr Erkenntnis sammelt, versteht es, dass Mama und Papa dafür sorgen, dass es was zu essen hat. Und dann kommt das Kind aus der Schule nach Hause und hat einen furchtbaren Hunger. Oh, ich habe so einen Hunger, Mama, Papa. Ja, das Essen steht auf dem Herd. Du riechst es ja schon. Es duftet sehr gut. Ja, das möchte ich jetzt essen. Aber es dauert noch. Eine halbe Stunde noch. Dann ist Essen fertig. Dann gibt es Mittagessen. Und wenn das Kind eine gewisse Einsicht gewonnen hat, dass es nämlich seinen Eltern vertrauen kann, dass das stimmt, was die Eltern sagen. Und wenn es gelernt hat, dass dieses Hungergefühl einen nicht gleich tötet, sondern dass man das aushalten, die Schmerzen aushalten kann, diese halbe Stunde, dann wird es Ruhe geben und geduldig sein. Es wird nicht alle zwei Minuten da stehen und sagen, Mama, wann ist endlich Essen fertig? Wann ist endlich? Nein, es hat schon gelernt, die Uhr zu lesen und weiß, eine halbe Stunde, das ist so und so lang. Wenn dieses Kind einsichtig geworden ist, es gibt ja auch manche Kinder, die keine Einsicht haben und trotzdem dann meckern und schimpfen und schreien. Aber wenn du Einsicht gewonnen hast, dann fällt es dir viel leichter, geduldig zu sein, weil du weißt, ja, das wird schon alles. Alles wird gut. Mama und Papa haben alles im Griff und ich werde mein Essen bekommen. Das wird alles rechtzeitig kommen. Und so hat Gott uns gesagt, durch seinen Sohn Jesus, er hat uns angekündigt in Lukas 21, sagt er, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, diese Erdbeben, diese Naturkatastrophen, die Hungersnöte, ihr seht die Seuchen, die über die Erde gehen. Das ist der Anfang der Wehen. Die Geburt steht bevor. Das Reich Gottes kommt. Jesus kommt wieder. Und wenn ihr anfangen seht, dass diese Dinge geschehen, dann erhebt eure Häupter. Denn ihr wisst, dass eure Erlösung naht. Guck mal, und was macht das mit uns, wenn wir diese Dinge wissen? Was macht es mit denen, die das nicht wissen? Und die nicht diesem Gott vertrauen, der das gesagt hat. Das eine ist, diese Sachen zu wissen, die andere Sache ist, zu glauben und zu vertrauen. Aber wenn wir diese Einsicht haben und sie Teil unseres Herzens geworden ist, dann fällt es uns viel leichter zu warten, geduldig zu sein. Wenn du lernen willst, langmütig zu sein, das eine ist, wir sagen oft, ja, Geduld lernst du dadurch, dass du in Situationen kommst, dass du geduldig sein musst. Das ist das eine. Aber wisst ihr, was uns auch hilft, geduldig zu werden, ist die Einsicht. Einsicht in Gottes Wesen, Einsicht in Gottes Pläne. Das hilft uns, geduldig zu werden. Und wenn du Probleme mit Geduld hast, dann lerne Gott mehr kennen. Suche ihn. Lerne seine Pläne kennen. Und das hilft dir, geduldig zu werden. Es ist auch so was Wunderbares, dass Gott uns durch seinen Sohn gezeigt hat, dass wir geduldig sein können, auch in Krankheit, selbst im Sterben können wir geduldig sein. Können langmütig sein, können lange Mut behalten. Warum? Weil wir wissen, dass Jesus, der Sohn Gottes, uns vorangegangen ist. Er ist gestorben. Er ist Mensch geworden, so wie du und ich. Sterblich. Und er ist gestorben. Und er wurde ins Grab gelegt. Und am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Und er sagt uns, wenn du an mich glaubst, dann wirst du nicht sterben in Ewigkeit. Du wirst nur einschlafen. Du wirst wieder aufwachen in der Herrlichkeit Gottes. So hat Paulus es dann auch gesagt. Er hat es geglaubt. Es war eine tiefe Erkenntnis in ihm. Er war im Gefängnis. Er sollte eine Gerichtsverhandlung bekommen, wo er wahrscheinlich ungerechterweise zum Tode verurteilt wird. Im Philippabrief schreibt er darüber. Mittendrin im Knast. Diese Verurteilung vor Augen. Möglicherweise werde ich in den nächsten Tagen zum Tode verurteilt und dann hingerichtet. Wie fühlt sich so einer? Paulus ging es gut. Er hat gesagt, freut euch. Er hat gesagt, wenn das tatsächlich so kommt, dass die das Urteil sprechen und ich hingerichtet werde, ist das Beste, was mir passieren kann. Dann werde ich beim Herrn sein. Diese Einsicht in Gottes Plan. Wenn wir sterben, werden wir nicht vergehen. Wir werden nicht ins schwarze Loch fallen. Nein, sondern wenn wir an Jesus glauben, zu Jesus gehören, werden wir in der Herrlichkeit Gottes aufwachen. In der Gegenwart unseres geliebten Herrn. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Mit dieser Einsicht kann ich doch geduldig sein und Ungerechtigkeit ertragen. Und kann sogar den Prozess des Sterbens, in den Prozess des Sterbens hineingehen und langmütig und geduldig sein. Und viele Geschwister sind uns vorausgegangen, die in ihrem Sterbeprozess andere noch gesegnet haben. Andere ermutigt haben. Warum? Weil sie so erfüllt waren von der Einsicht in Gottes Wesen und Gottes Charakter und Gottes Plan. Weil sie Gott vertraut haben und sich festgehalten haben an den Verheißungen Gottes, konnten sie selber zum Segen für andere werden. Und das möchte ich, dass Gott das in mir wirkt. Dass wenn es bei mir dann so dran ist, dass ich das sein kann. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Ob ich da schon bin. Ich wünsche es mir aber, dass Gott mich Langmut lehrt. Geduld, Ausharren, dass ich das, dass ich, ja, Jesus darin nachfolgen kann. Wie Paulus das sagt, ich möchte eins werden mit, ja, der Kraft seiner Auferstehung, das wollen wir alle, ne? Aber auch in der Gemeinschaft mit seinen Leiden will ich eins mit ihm werden. In dieser Geduld, in dieser Langmut. Wie das Knurren eines jungen, achso, nee, jetzt habe ich noch eins ausgelassen. Sein Ruhm, also der Ruhm des Menschen ist es, an der Übertretung vorüber zu gehen. Das wollen wir nicht überspringen. Viel Geduld brauchen wir, viel Langmut brauchen wir auch darin, wenn es darum geht, Prüfungen durchzustehen, Anfechtungen auszuhalten. Diese Versuchung zur Sünde hin zu widerstehen, da brauche ich lange Mut. Auch darin ist Jesus uns ein Vorbild, dass er in allem versucht wurde, wie wir, aber nicht übergetreten ist, nicht übertreten hat. Er hat die Grenze, die Gott gezogen hat, wo Gott gesagt hat, dies ist das gute Leben, dies ist das segensreiche Leben, dies ist das Leben in der Liebe Gottes. Das ist der Weg. Aber das hier, das ist ein Leben außerhalb der Liebe Gottes. Das ist ein Leben außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Hier ist die Grenze. Und Sünde ist nichts anderes, als diesen Schritt zu gehen. Außerhalb von dem guten Weg Gottes, wo wir gesegnet sind und zum Segen für andere werden. Wo Gottes Liebe in uns fließt und durch uns hindurch zu anderen fließt. Das ist der gute Weg. Aber wenn wir die Grenze übertreten, dann begeben wir uns in ein Leben hinein, wo Gottes Liebe nicht mehr fließt. Dann sind wir Übertreter. Und Jesus wurde genauso versucht, wie wir, in allem, diesen guten Weg, den Gott uns schenkt, zu verlassen. Und wir sind alle übergetreten. Wir alle miteinander. Wir alle sind in die Irre gegangen. Jeder auf seinem eigenen Weg. Aber er hat nicht übertreten. Und das ist sein Ruhm. Er ist derjenige, der ohne Sünde ist. Wir preisen ihn. Er ist der Gerechte, der einzige Gerechte, der Heilige, der Sohn Gottes. Und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns, wenn du sie haben möchtest, wenn du sie annehmen möchtest, dann lass sie dir schenken. Aber das, was es dann mit dir macht, ist, dass du dich selber sehnst danach, ein Leben zu leben wie er, auf diesem geraden Weg der Liebe Gottes. Und durch die Kraft des Geistes kannst du dann überwinden, kannst du langmütig sein darin, in den Versuchungen, die dein ganzes Leben lang auf dich einwirken. Du wirst das nicht hinter dir lassen. Nur dadurch, dass du dich bekehrst, wirst du nicht plötzlich ein Leben ohne Versuchungen führen. Nur weil du einmal überwunden hast, heißt das nicht, dass du nicht wieder versucht wirst. Nein, du stehst ständig, immer wieder in diesem Kampf, in dem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und du wirst gezogen, in den Versuchungen wirst du immer wieder gezogen. Tritt doch einfach mal hier rüber. Du musst doch gar nicht. Hier ist doch gar kein Zaun. Du kannst doch hier einfach rüber treten. Und das macht doch nichts. Gott ist doch gnädig und barmherzig, der vergibt dir auch mal. Der drückt doch auch mal ein Auge zu. Nein, ich will das nicht. Ich will nicht meinen lieben Vater verraten. Ich will nicht mich trennen lassen von der Liebe Gottes. Das ist alles Humbug. Das ist alles nur Täuschung. Das ist kein Gewinn, darüber zu treten. Das ist eine Lüge. Ich lasse mich nicht darauf ein. Und Jakobus sagt das. In Jakobus 1 lesen wir. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig. Der Mann, der die Versuchung erduldet. Der festbleibt. Im Vertrauen auf Gott Widerstand leistet. Petrus sagt uns das auch. Leistet dem Teufel Widerstand. Und zwar Widerstand im Glauben. Widersteht dem Teufel im Glauben. Im Vertrauen auf den, der stärker ist als der Teufel. Nicht in Selbstvertrauen. Du kannst nicht aus deiner eigenen Stärke die Versuchung erdulden, überwinden. Aber mit der Kraft Gottes kannst du überwinden. Mit dem, der stärker ist als der Teufel, kannst du überwinden. Im Vertrauen auf ihn. Herr, du kennst meine Schwäche. Du weißt, was für ein Versager ich bin. Aber du bist ja stärker. Du hast gewonnen am Kreuz von Golgatha. Du bist der Sieger. Hilf mir jetzt zu überwinden, Herr. Das ist die Art und Weise, wie die Kinder Gottes die Versuchung erdulden. Im Glauben, im Vertrauen auf Jesus, der überwunden hat. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Guck mal, die Liebe zum Herrn ist es, die überwindet. Der Glaube, das Vertrauen in Jesus ist es, der das überwindet. Und dann empfängst du den Siegeskranz des Lebens am Ende. Dann sagt der Herr zu dir, gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und du empfängst diese Krone, diesen Siegeskranz. Und was machst du damit? Vor dem Thron Gottes. Du nimmst diese Krone und wirfst sie deinem Vater zu Füßen. Weil du sagst, Vater, du hast es alles bewirkt in mir. Dass ich überwunden habe, das ist dein Verdienst. Dir gebührt alle Ehre. Und das ist was Wunderbares. Gott gibt uns Ehre. Ja, du hast es gut gemacht. Aber wir sind nicht mehr stolz und selbstgerecht und sagen, ja, hast recht Gott. Habe ich gut hingekriegt, ne? Nein, wir wissen. Als Kinder unseres Vaters im Himmel. Als Gläubige wissen wir, nur durch ihn konnte ich das. Nur durch ihn konnte ich überwinden. Nur durch sein Geist ist die Frucht der Geduld in meinem Leben gewachsen. Dass ich ausgeharrt habe. Dass ich überwinden konnte all diese Versuchungen. Dir sei die Ehre dafür. Zurück in Sprüche 19, Vers 12. Wie das Knurren eines Junglöwen ist die Wut des Königs. Aber wie Tau auf dem Gras ist sein Wohlgefallen. Ich möchte das hier gleich geistlich anwenden. Der König, das ist der Christus, der Messias. Und ja, Jesus ist wie ein Löwe. Er wird auch bezeichnet als der Löwe aus dem Stamm Judah. Und ja, dieser Löwe kann auch zornig werden. In der Offenbarung 6 steht, als das sechste Siegel geöffnet wurde und die ganzen Plagen, der Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Dass die Menschen, die diesem König Widerstand leisten bis zuletzt, dass sie sagen, oh nein, jetzt kommt der schreckliche Tag des Zornes Gottes und des Lammes. Jesus, das kleine Lamm, dieses sanfte kleine Lämmlein. Der Löwe aus dem Stamme Judah ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Jesus, unser Lamm, unser Opferlamm, das Passalam, das geschlachtet wurde zur Erlösung, dass wir von der Sünde befreit sind. Ja, er ist dieses sanfte Lamm, das nicht schreit, als es geopfert wurde. Seinen Mund nicht aufgetan hat, sich hingegeben hat in den Tod. Dieses sanfte Opferlamm, es wird zornig. Und die Wut und der Zorn Gottes über die Sünde wird auf diese Welt kommen, wird über diese Welt ausgegossen werden. Willst du dabei sein? Willst du den Zorn Gottes über die Sünde, dass der Zorn Gottes über die Sünde auf dich kommt? Dass der König zornig gegen dich ist? Willst du nicht lieber das erleben, sein Wohlgefallen, dass wie Tau auf dem Gras ist? Und das ist in Israel ja nochmal ein besonderes Bild, denn Regen ist etwas, ja, bei uns mittlerweile ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Und da ist der Tau ganz wichtig, als Bewässerung. Und das Wohlgefallen des Königs, das gibt, das drängt das Land. Wie kannst du diesem König wohlgefällig sein? Ich muss an zwei Menschen denken, die im Neuen Testament beschrieben werden, die Jesus' größtes Wohlgefallen hervorgerufen haben. Das eine ist ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der gesagt hat, Jesus, du musst nur ein Wort sprechen und mein Diener wird gesund werden. Du brauchst gar nicht kommen. Ich bin gar nicht würdig, dass du zu mir kommst. Ein Mann mit dem Mut, ein Mann mit großem Vertrauen in den König. Er hat dieses Zutrauen, dass Jesus das machen kann, was eigentlich nur Gott kann. Gott spricht und es wird. Und er sagt, Jesus, du bist, du bist so. Er hat so großes Vertrauen und Jesus lobt ihn und sagt, so ein großes Vertrauen habe ich in Israel, in ganz Israel nicht gefunden. Und dieser Typ hier ist ein Heide. Da war eine andere heidnische Frau, die hat ihn auch gebeten für ihre Tochter, die schlimm besessen war, der es schlimm ging. Sie hat gesagt, Jesus, bitte kümmere dich doch um Sohn David. Sie nennt ihn König. König, kümmere dich doch um meine Tochter, bitte. Und er sagt, nee, ich bin nur für die Juden da. Da sagt sie, ja, du hast recht. Du hast recht, Herr. Du bist der König, du hast recht. Wissst ja auch dieses Jesus-Recht geben einfach. Aber er fand es wunderbar, wie sie geantwortet hat. Im Glauben, im Vertrauen wieder. Dass sie gesagt hat, ja, ich bin ein Hund. Auch wieder die Demut. Aber da fallen doch immer Krümel runter, wenn die Kinder essen. Da kriegen doch die Hunde auch was ab. Dann sagt er, ja, du hast einen großen Glauben, Frau. Na, deine Tochter sei befreit. Und sie wurde befreit. Sie wurde geheilt. Wie gefallen wir unserem König wohl? Wie erlangen wir wohlgefallen? Nicht dadurch, dass wir ein perfektes Leben führen. Nicht, dass wir ihn beeindrucken durch unsere Taten. Nein, dass wir unser ganzes Herz an ihn hängen und ihm alles zutrauen. Ihm vertrauen. Unser ganzes Leben an Vertrauen. Vers 13. Verderben für seinen Vater ist ein törichter Sohn. Und ein tropfendes Dach, das einen vertreibt, sind die Zänkereien einer Frau. So, beliebter Vers. Er richtet sich oder er zielt auf zwei Beziehungen. Einmal Vater-Sohn, Ehemann-Ehefrau. Und es richtet sich natürlich einerseits an den Sohn und auch an die Frau. Und zwar in dem Sinne, dass dem Sohn natürlich dadurch deutlich gemacht wird, Mensch, wenn du den törichten Weg, und das heißt jetzt nicht, dass es ein dummer Sohn ist, sondern ein Sohn, der so dumm ist, dass er Gott aus seinem Leben außen vor lässt, dass er Gott nicht ernst nimmt, dass er Gott nicht fürchtet, dass er Gottes Wege nicht geht. Das ist ein Törichter in den Sprüchen. Also, wenn du deinem Vater ins Verderben stoßen willst, dann geh den gottlosen Weg. Dadurch wirst du deinem Vater viel Elend und viel Leid bringen. Mach es nicht. Geh den geraden Weg, den geraden Weg Gottes und du wirst eine Freude für deinen Vater sein. Für die Frau heißt es, wenn du ständig, ständig und immer und immer wieder rumstänkerst, wenn du immer wieder meckerst und immer wieder Streit anfängst und an jeder Kleinigkeit was auszusetzen hast, dann bist du wie diese tropfende Dachrinne. Wir hatten mal jetzt vor zwei, drei Jahren hatten wir so eine. Boah, das nervt. Also, Tropf, 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 Tropf. Och, Wahnsinn. Und es macht auch irgendwann Schaden. Der stete Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann geht auch irgendwas kaputt dadurch. Also, was musste ich machen? Irgendwie bei nächster Gelegenheit, wo es mal länger trocken war, musste ich darauf auf die Dachrinne. Lange Leiter ausgeliehen, in schwindelnder Höhe da irgendwie. Dann war das schon mal repariert worden, aber da hatten sich dann irgendwelche Ohrenkneifer, so irgendwie, was weiß ich, waren da 20 Stück oder so, waren da in diesem Kleber drin. Das war, ich fand die irgendwie schön und warm und gemütlich da oder so. Musste ich das erst mal alles abkratzen und rauswerfen und dann irgendwie neue Farbe da, irgendwie so eine bestimmte Sache da, so ein Kleister drüber kleistern und dann nochmal irgendwie zurechtjuckeln und so weiter. Und jetzt tropft dieses Ding echt seit zwei Jahren oder drei Jahren nicht mehr. Wie schön, ganz entspannt, die Dachrinne tut ihren Dienst. Alles gut. Dieser Vers hat auch noch eine andere Seite. Der Vater und der Sohn. Der Sohn, der töricht ist, bringt seinen Vater in Verderben. Aber der Vers ist nicht nur an die Söhne gerichtet, sondern an die Väter. Denn der Vater ist verantwortlich für den Sohn. Er soll ihn unterrichten und lehren und leiten in die Wege Gottes hinein. Wenn er es versäumt, seinen Sohn zu unterweisen, ihn zu leiten, ihm den Weg Gottes vorzugehen auch, ihn darin hineinzuführen in den Weg Gottes. Er ist der Schuldige, dass der Sohn ein törichter Sohn ist. Er muss sich diesen Vers sagen lassen und lernen und die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Denn das Verderben ist etwas, was den Sünder trifft. Und das Verderben ist das, was den Vater trifft, weil er gesündigt hat, weil er versagt hat. Natürlich ist es immer noch so, dass ein Kind noch seine eigenen Entscheidungen trifft und ein Vater sich viel Mühe gegeben hat, seinen Sohn wirklich in den Wegen Gottes zu unterweisen und er dennoch den Weg der Gottlosigkeit geht. Das kann passieren. Aber man sollte sich als Vater auch diesen Vers zu Gemüte führen und sehen, ich habe auch eine Verantwortung darin. Genauso mit der Frau. Dass die Frau zänkisch ist, hat oft auch was damit zu tun mit dem Versagen des Mannes, dass er seine Frau nicht liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Und vielleicht muss er diese Reparatur vornehmen, in schwindelnder Höhe, ein Risiko eingehen und seine Frau lieben. Sie baden im Wasserbad des Wortes. Sie segnen ihr Gutes tun, sodass sie, dass das Tropfen aufhört, dass die Ursache beseitigt wird, die bei mir liegt. Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter. Von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Ja, das ist doch schöner. Eine einsichtsvolle Frau ist ein Geschenk vom Herrn. Also da kann man, kann dann jede Frau sich selber fragen, jede Ehefrau, bin ich eher eine tropfende Dachrinne oder bin ich ein Geschenk vom Herrn? Haus und Habe sind eine Erbteilung der Väter. Also du kannst von deinen Vätern, von deinen Eltern, wenn sie gut betucht sind, kannst du einiges an Erbe bekommen. Manchmal erbst du ja vielleicht auch nur Schulden, und dann lehnst du lieber das Erbe ab. Aber es kann gut sein, dass du etwas empfängst von deinen Eltern, Haus und Habe. Aber eine Frau? Ja, hier in Deutschland ist es ja normalerweise nicht so, dass die Eltern dem Sohn eine Frau suchen. Und selbst wenn, in manchen Ländern das ja auch teilweise noch so ist, dass es eine einsichtsvolle Frau ist, das ist ein Geschenk vom Herrn. Weil die Einsicht ist ja etwas, was du erwirbst von Gott, was du von Gott empfängst. Eine Frau, die Gott kennenlernt und Gott lieben lernt und Gott vertraut in ihrem Leben, ist ein so großes Geschenk für einen Ehemann. Und da möchte ich euch alle bitten, alle Ehemänner, die ihr hier seid und eine Frau habt, die einsichtsvoll ist, weil sie Gott schon kennengelernt hat, weil sie Jesus nachfolgt, weil sie um Gottes Verheißungen, weil sie Gottes Verheißungen kennt. Eine Frau, die studiert, das Wort Gottes studiert hat und kennt, ist so ein Segen für einen Mann. Und wie gesagt, jeder Ehemann, der so eine Frau hat, der sollte heute den Herrn preisen dafür, dass er so ein wunderbares Geschenk empfangen hat und sollte seine Frau auch mal das zu verstehen geben, dass sie echt ein Geschenk ist vom Herrn. Eine Ermutigung, ein Segen. Das ist so ein Segen. Und das war Gottes Plan am Anfang, als er den armen Adam gesehen hat, ich will ihm eine Hilfe machen. Sie soll ihn stärken, sie soll ihn unterstützen, sie soll ihn ermutigen. Wie kann sie das machen, nur wenn sie selbst zu den Füßen Jesus sitzt. Das ist das Wunderbare, dass Jesus das gezeigt hat. Aber es steckt hier im Alten Testament drin. Dass die Juden eine Kultur dann entwickelt haben, zur Zeit Jesu, wo nur die Jungen in die Thora-Schule kamen, ist gar nicht im Sinne Gottes. Nein, die Frauen sollen auch lernen. Und das hat Jesus offenbart und hat gesagt, als Martha gesagt hat, hier, Maria muss doch mit in der Küche helfen, hat der Vater gesagt, nö, 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 nö. Die bleibt mal hier schön sitzen. Sie hat das bessere Teil erwählt. Sie soll Gott kennenlernen. Sie soll Gemeinschaft mit Gott haben. Sie soll wachsen in der Erkenntnis und Einsicht Gottes. Damit sie, ja auch als Ehefrau, dann eine Ermutigung für ihren Mann sein kann. Ein Segen. Faulheit versenkt in tiefen... Also, nee. Bevor ich das mache, noch ein Gedanke. Du als Ehemann kannst deine Frau darin bestärken und ermutigen, dass sie das tut, dass sie eine einsichtsvolle Ehefrau wird. Wie gesagt, wie Paulus sagt in Epheser 5, Wir haben als Männer die Aufgabe, unsere Frauen im Wasserbad des Wortes zu baden. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sie zu ermutigen, Gott kennenzulernen, tiefer einzutauchen im Wort Gottes, Wege zu eröffnen, dass sie wachsen im Verständnis, in der Einsicht Gottes. Sie nicht behindern dabei, sondern sie bestärken und ermutigen. Sie nicht ausbremsen. Und dann geschieht es so, dass unsere Frauen dann eben wirklich unsere Ehepartner sind, in dem Sinne, wie Gott das eigentlich gedacht hat. Gott hat uns zwar unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten in der Ehe gegeben, aber er hat nicht die Männer klug gemacht und die Frauen dumm. Ja, manche irgendwie versuchen das immer so komisch darzustellen. Es ist nicht so. Gott hat den Frauen große Kapazitäten gegeben im Wissen, im Können, im Glauben, im Vertrauen, in geistlichen Dingen. Gott hat die Frauen genauso reich beschenkt wie die Männer. Teilweise sind es aber andere Geschenke. Der Mann hat bestimmte Gaben und die Frau hat bestimmte Gaben und Gott hat das so gegeben, damit sie sich ergänzen, damit sie einander helfen, damit sie einander ermutigen, auferbauen. Und das heißt aber auch, dass wir es zulassen. Ich muss es als Mann zulassen, dass meine Frau mich geistlich ermutigt, geistlich ermahnt. Ich muss das zulassen. Ich darf mich nicht da drüber stellen und sagen, ich bin hier der Mann. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und andererseits ist eine einsichtsvolle Frau keine herrschsüchtige Frau, sondern eine demütige Frau, die dem Mann, die darin stärkt, in seiner Aufgabe, dass er Verantwortung trägt für die Ehe und für die Familie. Also es ist kein Widerspruch in diesem Ganzen, sondern es ist wunderbar, es passt alles zusammen. Gut, weiter geht's. Vers 15. Faulheit versenkt in tiefen Schleuhen. Oh, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja, ja, ich habe es schon gesehen. Ja, ich hinke etwas hinterher. Im ersten Gottesdienst bin ich weiter als im zweiten. Na ja, gut, so ist es halt. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Weisheit. Wir danken dir, dass du guten Rat für uns hast. Ja, es ist so wunderbar, Einsicht zu gewinnen in dein Wesen, deinen Charakter. Es ist so wunderbar, Einsicht zu gewinnen, wie du die Dinge des Lebens siehst. Es ist so hilfreich und befreiend. Herr, wir wollen unser Vertrauen ganz auf dich setzen. Wollen von dir lernen. Wollen uns von dir umgestalten lassen in dein Bild. Herr, danke für die großen Verheißungen, die große Hoffnung, die du unser Leben gegeben hast. Danke, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Danke, dass du deinen Geist uns gegeben hast, dass wir, ja, der in uns wirkt, der uns lehrt und leitet. Danke für die Kraft, die dein Geist auch gibt, Widerstand zu leisten gegen alle Versuchungen. Danke, dass du uns, ja, lehrst, auf wunderbare Weise uns wachsen lässt in der Geduld, im Ausharren. Danke, dass du uns auch befähigst, wirklich einander Ermutigung zu sein, als Männer, als Frauen, als Kinder, als Eltern. Danke, Herr, für deine reichen Segnungen und, ja, lass uns darin wandeln, auch jetzt diesen Tag und die kommende Woche, Herr. Amen. Amen. Vielen Dank.